meine sehr verehrten damen und herren war das nicht fantastisch diese krippel wahnsinn wenn sie mehr von dieser band hören wollen bitte einfach und wieder informationsleiste bei den youtube kommentaren und drüber drunter band link anklicken wie ich beeile mich ich weiß schon die geduld ist bereits am ende der zuseherinnen und zuseher weil jetzt nämlich deo muss live aus dem explosiv streamen wird und auftreten wird ein wahnsinn wie geht es euch denn super danke ah ja ok es ist euer erster live stream ja ja eigentlich schon wenn man so sieht ja ja ich hätte es ja sowieso ausspülen müssen müssen quasi also beim normalen gezielfm geburtstagsfest heute wie gefällt es euch denn bis jetzt so was habt ihr noch mitgekriegt also viele leute sind nicht unbedingt da und es hat nichts damit zu tun dass wir zwungen worden sind aber eigentlich ist es ganz ok ja super stimmung alle leute sind super und ja wir freuen uns aufs live spielen jetzt ja ja na cool aber ich glaube dann halt euch nicht mal länger auf ich glaube das passt oder willst du noch irgendwas sagen ja sicher ich will schöne grüße an die krippel sagen weil warst du schon zu und die haben die ja schöne grüße ausgericht dankeschön und grüße schöne grüße zurück und krippel und ja war cool von ihnen danke und sie sich gegeben heil satan danke er batz und der rest was nur nüchtern ist jetzt bitte zuschauen noch in halb halbwegs im zustand jetzt kommt die jungs viel spaß ist er standbühel oder nein Musik 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 Hey, rufe dich, nemesis! Arcter! Musik 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 «Ratual cult! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 «ZDF, 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 2020 Musik Wir sind Theobos und ihr seid bereits verloren. Die Söhne des Satans sind wieder nah verstanden. Danke, danke, lauter Tokio. Unsere nächsten und letzten zwei Songs sind neue Stücke. This one is called... Oh yeah, end Termina! Musik 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 So I am the new state of Chuck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Zugabe! Ihr verlangt! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ... 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 SILENCE! Wir sind Neumus, oder ihr Satan? Nicht der Teufel, der Deo-Maus. Deo-Maus, ja, Deo-Maus, gell? Der Deo-Maus. Deo-Maus. Wahnsinn, Wahnsinn. Bitte unbedingt besuchen, alles von Ihnen anhören und kaufen. Ich habe jetzt gerade gesehen, übrigens, beim Chat ist auch MandaGroundTV dabei. Und ich habe rein zufällig einen Sticker, sieht man das, ein Pickerl da von Erna von MandaGround zum Herschenken. Eine fantastische Band. Ja, ich hätte gesagt, wir sind jetzt schon eigentlich fast fertig. Aber ich möchte noch was sagen. Was sagt er? Ah, schöner Satz. Der Nino möchte noch was sagen. Ah, so ein scheiß Background-Geschichterl. Jedenfalls, diese Deo-Maus, der Jungs, Deo-Maus, jedenfalls, da gibt es diese Doom-Ober-Vienna-Veranstalter, der Jürgen, der Blutachs, der das seit vielen Jahren macht und tragt das Doom-Metal-Fest aus Österreich. Dem Dauern der Jungs, der hat dich massiv und gut, ist ein massiver Förderer davon. Jemand, der seit 10, 15 Jahren Doom in Österreich macht und sich volle Kande freut, dass es aber die gibt wie Deo-Maus, ah, Deo-Maus, die den Spirit haben, den Skill haben, sie das scheren. Das ist wirklich eine Speerspitze vom Doom, falls man Doom als Speerspitze sagen darf. Und nicht als verfaulte Gründe im Boden, weil Doom und Tod. Das sind ja super Jungs. Das ist ja super Jungs. Vielen Dank.